Auch wenn die Zeiten schwierig sind und wenn wir sehr viele Aufgaben zu bewältigen haben, vor allem im sozialen Bereich, aber auch vor allem im Arbeitsmarktbereich, hoffe ich, dass Sie mit Optimismus in die Zukunft schauen und ich hoffe, dass Sie auch frohe und schöne Weihnachten haben werden und ich wünsche Ihnen alles Beste für das Jahr 2016. ARD Text im Auftrag von Funk